Hallo meine lieben Freunde, also ich bin heute wandern. Das ist mein Jahr. Naja, und ich habe einen wunderschönen Dacken gemacht. Guck mal, davon gibt es noch viel mehr. Hier, warte, ist das normaler Sand? Orangener Sand. Ja, so gelber fast. So gelb-orangener, glaube ich. Und ich habe noch etwas sehr geiles gefunden. Für euch. Noch, noch, es gibt zwei sehr geile Sachen. Aber erst mal, guckt euch das an. Wie Häuser, wie eine Ameisenstadt. Ja, wenn ihr genau hinschaut. Ameisenhäuser. Eine und da ist ein großer Mann, ich habe Angst. Was alles sind? Schlangen? Hinten wir Schlangen? Okay, das muss am kürzesten sein. Ich habe keinen Bock hier, mich zu gruseln. Hier ist es halala, wie bei den anderen. Aber guck mal, die Wurzeln wurden zum Dach. Hallo. 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 Guckt euch dieses Moos an. Das ist mal richtig flauschig. Bauschig. Okay, und hier. Guckt mal. Dieses Loch. Ihr wundert euch, dass da noch an der anderen Seite Licht ist. Genau dieses Geheimnis löse ich für euch. Mit. Ja, schön weiter. Ruhig gehen. Ihr habt ja so viel Zeit, ja. Hier, guckt mal. Hier geht es in der Öffnung wieder. Und da. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Wie dunkel. Und Furcht anfließen. Mami, ich will hier weg. Und man kann sich noch hier gemütlich hinsetzen, ohne Probleme. Und es wird gerade an, zu regnen. Hilfe. Und hier muss man aufpassen. Die Schlesse war hier. Nee, ich muss jetzt fließen, weil es regnet. Hallo, ich war gerade im Wald, also so ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Und habe einfach kalteln können. Ja, das sind ja wunderschöne Stöcke und ich freue mich. Einfach wunderschön. Ja, wirklich. Ja, wie kann man nur selbst was finden? Und es lag einfach so auf dem Boden. Aber in Gebüsch, natürlich. Also wirklich. Natur ist viel mehr als die Natur. Oder Bäume. Oder Pflanz. Sie bringt auch die Welt. Und die Natur. Gibt es kein Essen. Nichts. Ecklich, dieses Zeug. Guck mal. Ich mach das mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt. Nee, glaub nicht. Scheiße. Hätt ich euch mal was. Rauch. Rauch. Edelter Rauch. Guck mal an. Ja. Ecklich. Okay, dann kriegen wir Hunger aus. Hä? Wartet. Das geht nicht. Was ist das? Kuhfilöch. Kuhfilöch. Was ist das? Es passt vorbei. Das erzeugt den Rauch. Ekelig, oder? Und so sieht das ausgehöhnt aus. Das ist so ein Teil. Ich zeige euch, wo man so etwas findet. Ich bin hier im Wald. Dann guckt ihr so bei so welchen Pflanzen nach. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht zu finden wird. Da habe ich noch welche gesehen. Ja! Ganze Bande. Hier. Aber kaputt. Scheiße. Alt. Das sind noch welche. Aber auch genauso wie dieses, was ich gerade sah. Und dann habe ich gar nichts wert. Man muss schon ein bisschen suchen, um vielleicht nur eins zu finden. Na ja, vielleicht dauert es zu lange, dann mache ich mal eine kurze Pause. Dann bis gleich. Vielleicht finde ich welche. Ich habe eine Achel gefunden. Und noch zwei solche Dienstbums da. Blablabla. Hier, guck mal. Aua! Hier ist eins. Und hier eins. Soll ich eins pflücken? Glaube ich nicht. Es soll in Ruhe wachsen. Es waren schon Fußspuren von, na ja, von Wölfen. Und, was ich nicht gesehen habe, Brille. Eine zerbrochene Brille. Mann. So gut bin ich raus. Das ist schrecklich. Ich glaube, beim nächsten Mal bereite ich mich besser vor. Was? Und hier ist die Straße und jetzt bin ich weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.